Hallo, mein Name ist NRW Venue und das ist der Scheiß-Content von Frieza. Schaut rein! Zielst du, wenn du schießt? Nahkampf? Nee, ne? Auf gar keinen Fall. Wum gehst du? Die kommen die Treppe hoch, die kommen die Treppe hoch, die kommen die Treppe hoch, die kommen die Treppe hoch. Digga, ach Digga, warum? Ich dachte, er ist da runter gesprungen, Digga, jetzt bin ich da runter gesprungen. Ich will da von dir, über da oben. 110, 122, kommt der noch überhaupt hin da? Abziehen oder wir schießen? Was? War das ein Schuss-Gall? Randa! Ey, alle Einheiten einmal zum ADAC! Ey, ihr seid ja wirklich geschrieben in den... Der meint uns damit. Alle Einheiten einmal zum ADAC, komm, sofort! Wo ist der jetzt hin? Wir belegen eine Luft. Ja, ich bin auf dem Weg. Ey, die meinen... Oh, oh, oh. Alter, die voll besetzt sind. Ich geh raus! Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Wir sind am CD. Positiv. Warte auf dem Weg aufs Dach, komm. Äh, ich schlag dazu. Check. Oh, da ist ein... Hä? 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 Ja, habt ihr das vielleicht noch drauf? Hattet ihr das noch drauf? Oh mein... Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Egal, er darf morgen arbeiten gehen. Was ist überhaupt hier drunter? Passt das? Das werden wir gleich sehen. Ach du Scheiße, Mann. Ja, passt das Flugzeug zweimal rein, ne? Ja, wie in deiner Mutter. Der war nicht schlecht. Das heißt aber... Tja. Wenn du mir so in die Augen guckst, dann weiß ich, dass du genau so einer bist. Naja, zähl weiter, pendejo de mierda. Sei froh, Mann. Ja. Sei froh da hinten. Wenn ich ihnen in die Augen gucke, dann sehe ich jemanden, der wirklich aus viel Aggressionspotenzial in sich trägt. Leser, was wollen Sie eigentlich von mir, ha? Leser? Lassen Sie mich mal durch. Ich mein, da lang. Ich bin der heftigste Mierder. Ich hab dir so einen Schlag in die Fresse gehauen, dass dein Gehirn explodiert ist, Hermano. Ich bin Mr. Bitcoin. Merkt ihr das, pendejo? Ich rufe nicht die Polizei. Die Polizei kommt zu mir, Mierder. Digga, was macht er schon wieder da? Die wollten auf Streifen schnell. Bruder, 10 Minuten im Keller ist nicht schlimm. Das Interieurfighter ist nicht schlimm. Eine Stunde, eineinhalb Stunden, das ist heftig, Bruder. Dein Merk, du kommst fertig. Was? Artholio ist rausgesprungen. Was? Wer ist rausgesprungen? Artholio ist rausgesprungen. War das denn? er saß er auf falschen sitz wie er ist ausgesprungen sie mir auch damit getankt ach da hattest du keine uniform an natürlich dabei noch nicht polizist genauer mann und das interessiert mich ein scheißdreck und jetzt verpiste ich von hier ich habe spaß gemacht der mann alles gut ist alles gut ich habe gesagt der arme der ist gebrochen für sein leben lang aus oder lachen die uns aus ich lache den herrn aus der seine eier eingezogen hat breiter berg breiter berg hat doch gesagt nicht in unserem laden bitte sonst kriegen wir doch den stress wir brauchen eine abholung am wiffelpark ist nicht so ist nicht so ein gutes auto wir sind hier an der kreuzung hier vorne eine kreuzung bitte abgefunden hat und sie sind aus der geldwäsche rausgegangen das heißt das ist dieser verdacht und der besitzer des kontinente das gehört das ist mein zuhause ist mir relativ egal wie kann ihnen das egal sein wenn das mein zuhause ist ähm ich glaube sie haben ein Problem ist der Tor wenn einer die Waffe zieht ist mir scheißegal Hallo Hände hoch Sie können gerne die hier verlassen ja Die Herrschaften Ich küsse euer Ernst Wollah 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 Haut einfach ab Alles gut Geht schnell Schnell Geht einfach Jetzt hauert ab schnell Schält sich dann wohl Karma ne Also wirklich was ein verfluchter Wichser Jetzt mal ganz im Ernst Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Jetzt mal ganz im Ernst Wie gut Also wirklich Ich würde den Typen alles geben Ich dachte ich sterbe Wenn du Reifen nicht raus machst Ja mit Reifen raus geht zählt nicht Das ist wie ein Auto dann Aua verdammt ihr bringt einfach alle um Wenn du Ja so du Aaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaah Oh mein Gott ich habe überlebt Aua Aua Lingling du kannst nicht fliegen Lingling was hast du gemacht Ich will ein Zahner hin Ich will ein Zahner hin Ich will ein Zahner hin Ich hebe ab Hallo Das war ein Geplantier, eine sehr gute Party, okay? Du bist nicht mein Baby, nicht mein Baby. Baby, draußen wird es hell, paar Aufrummeln und wenn wieder zu schnell. Sitzt auf dem Berg, hab ein Glas und ne Frau mit viel Spaß an nem Zelt. Baby, du sagtest, dass es dir auch gewinnt. Baby, draußen wird es hell, die Stadt zu dunkel und das Auto zu grell. Du lachst dich an, alles wirklich gestellt. Da schliegen in den Augen, was mir alles erzählt, alles erzählt, ey. Da schliegen in den Augen, was mir alles erzählt.